Liebe Freunde, wir sind heute auf der Bundeswahlkreisversammlung des Wahlkreises 230. Die Kandidaten aus Rottal-Innen, Dingerfing-Landau und Landshut haben sich entschieden für einen Kandidaten. Der heißt Max Traubinger. Max, wir gratulieren dir ganz herzlich zu einem Ergebnis von über 98 Prozent, mit dem du nächstes Jahr für uns in das Rennen der Bundestagswahl gehen wirst. Ich freue mich riesig über dieses großartige Ergebnis und das Vertrauensbeweis durch die Delegierten. Und ich werde wieder mit voller Kraft und Elan die Aufgaben angehen und vor allen Dingen den Wahlkampf intensiv betreiben, aber dann für die Bürgerinnen und Bürger intensive Arbeit leisten für unseren Bundeswahlkreis, für Niederbayern und für Bayern. Wir freuen uns auf einen starken Wahlkampf.